Hey Leute, ich habe mir ein paar Ideen für meine Video-Verbesserung gedacht, ich habe ein paar Ideen und ich zeige euch mal, welche Ideen das sind, zum Beispiel das ist das erste, wo ich die Maps zeige, da kommt dann eine Maus hin und klickt auf die Map, das gibt es in schwarze Weiß, ihr könnt selber wählen, schreibt es unten in den Kommentaren, welche Farbe die Striche haben soll und dann das kommt im Anfang im Video und bitte schreibt mir unten in den Kommentaren, wie ihr das findet, ob ich das echt machen soll oder was ihr davon hält und welchen Hintergrund ich wählen soll, das würde mich auch sehr interessieren und ja, dann wären da ein paar nicht, eigentlich nicht mehr und bitte schreibt mir unten in den Kommentaren, ob ihr Ideen habt, wie ich meine Videos verbessern könnte mit kleinen Effekten und so weiter, bitte schreibt mir unten in den Kommentaren dazu Leute, ich hoffe die Montage hat euch gefallen und die Leute, die kommt heute, weil ich 100 Subs bekommen habe, ja vor, keine Ahnung wie lange her auf jeden Fall und ich habe heute Geburtstag den 30. Also, dann würde ich sagen, wir sehen uns, das nächste Video, ciao